Hallo meine lieben Leute, hier wieder euer Minecraft Gamer und heute wieder mit einem neuen Video, GTA Vice City. Ich wollte von GTA 6, äh, was für GTA 6, ich wollte von GTA 4 ein Video machen, aber leider hatte ich nicht so viel Sprechplatz dafür und deswegen mache ich von GTA Vice City ein Video und von der ersten Mission, wir machen mal ein neues Spiel und viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, ähm, wir machen heute die erste Mission, falls für Leute, die halt GTA Vice City kennenlernen wollen, gucken wollen, wie es ist, ja und die erste Mission vielleicht nachmachen wollen oder keine Ahnung, ich mache noch mehr Videos von GTA Vice City und ja, ihr könnt unten in die Kommentare schreiben, was für Videos ich machen soll und abonniert mich bitte und like dieses Video. So, ja, dann fangen wir mal an, die erste Mission. So, wir müssen dieses Auto dann nehmen und müssen, müssen halt, äh, wohin fahren? Ja, zum rosa Symbol. Da fahren wir jetzt mal ganz schnell hin. Ähm, Alter, ich baue die ganze Zeit Unfall. Egal, halt, zumindest, ihr müsst zum rosa Symbol. Und jetzt mache ich das gerade und, ähm, und scheiße, ich habe die Polizei überfahren, scheiße, 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 ich haue schnell ab und zumindest, ähm, halt zum Lila Symbol, da sind wir gleich angekommen. Oh, ich muss da abbiegen. Die Polizisten sind hinter mir her. Nur weil ich einen Polizisten überfahren habe, Digga. War doch nicht extra, aus Versehen. Okay, okay. Oh, dreh um. Also, ich habe ein, ähm, also, denkt jetzt nicht, dass GTA We City so eine geile Grafik hat. Ich habe Grafikmod gemacht. Das könnt ihr auch nachmachen. Unten in der Beschreibung tue ich ein Video hin. Und dieses Video könnt ihr euch anschauen. Und dann wisst ihr, wie man einen Grafikmod macht. Und dann ist die Grafik mega schön. Dann ist die Grafik so wie GTA 5. Und, ja, das habe ich halt gemacht. Jetzt sieht man es nicht so gut. Weiß ich jetzt nicht warum, aber, ja, jetzt muss man ins Hotel. Mh, ja, jetzt sind wir drin. So, außerdem an der Mission kannst du dein Spiel speichern, indem du das Blablabla Symbol machst. Stell die Neurisemarkierung, um weiter zu machen. Ja, okay, dann machen wir weiter. So, mh, vom lila Symbol durchgehen. Und ein alter Freund. So, ja. Alter, was für ein riesen Handy, die da. Jetzt überspringen wir das. Und es geht weiter. Ja, wir haben immer noch einen Stern. Und was müssen wir jetzt machen? Um das berühren... Okay, wir müssen zum L auf dem Radar. Scheiße. Alter, schlag mich doch nicht, schlag mich doch nicht. Hau ab, schlag mich doch nicht. Nerv mich rum. Ja, der schlägt mich einfach. Was? Verhaftet? Ey, nee, wollt ihr mich? Digga, ähm... Ey, nein, verhaftet wieder, wenn wir genau hier sind. Ähm, ja, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Äh, aber warte mal. Was passiert, wenn wir hier reingehen? Hm, geil. Polizeirevier. Oh, fuck. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh! Oh mein Gott, Digga. Die Polizisten schießen mich ja ab. Wusste ich nicht, okay? Was ist hier? Oh, okay. Okay, egal, äh, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir... ...genau bei der gleichen Stelle sind, wo wir verhaftet wurden. Tschüss, meine lieben Freunde. Erstmal... Ja. Die töten mich, glaube ich, jetzt. Okay, ja, die killen mich, glaube ich. Hau mal auf, du Kleine. Oh, gleich. Okay, ich bin, glaube ich, jetzt gleich schon tot. Egal, äh, wir sehen uns gleich wieder. Ja, tot. Außer gefecht. Ja, ist doch klar, wenn man ins Polizeirevier einfach mal so reingeht, ne? Okay, äh, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir beim L sind. Und, ja, da machen wir genau da weiter, wo wir geblieben sind. Ciao. Ja, meine lieben Freunde, wir sind wieder hier, wo wir geblieben sind, wo wir verhaftet wurden. Und, ähm, ja, dann machen wir jetzt von hier weiter. Scheiße, Polizei! Mann, Digga, nein! Weil ich Auto geklaut hab. Egal, wir hauen schon von denen irgendwie ab. Okay, wir müssen jetzt zum L. Wir sind ja gleich schon da. Und ich hoffe, die Verfolgung endet gleich. Bevor wir wieder sterben, eher gesagt, verhaftet werden. Und danach wieder alles von neu anfangen. Oh, da ist die Polizei. Nein, zwei Sterne, noch schlimmer, Digga. Pesch, ich geh jetzt einfach hier rein. Digga, bitte nicht. Kein Bock wieder von neu alles anzufangen. Hau, 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 hau. Ich kann hier nicht durch. Scheiße, scheiße, scheiße. Hau, 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 hau. Geweck, 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 geweck. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Okay, die Party. Die Mission ist noch nicht beendet. Wie lange dauert die? Okay, scheiße, ich würde aber jetzt sterben. Ja. Scheiße. Okay, egal. Ja. Jetzt müssen wir zum Taxi. Und der bringt uns wieder da, wo wir waren. Das ist gut. Okay. Okay, liebe Leute. Jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Und ja, hier ist auch das L. Okay. Jetzt machen wir weiter einfach, wo wir geblieben sind. Jetzt brauche ich nicht, dieses Video zu stoppen. Okay, die Party. Ja. Genau sind waren wir hier geblieben. So. Äh, jetzt müssen wir... Ja, dann nehmen wir mal einfach diesen Motorrad hier. Okay, äh, und jetzt müssen wir zum Kleidungsort gescheißen. Lol. Okay, jetzt müssen wir zum Kleidungsgeschäft. Das dauert hoffe ich mal nicht so lange. Hm. Ja, wir sind schon da. Wow. Okay, wir sind da. Okay. Und neue Kleidung. Richtiger Gangstyle. Guck mal seine Fresse an. Nice bike. Gleich geht der aber weg. Okay. Komm, steig ein. No, my bike. Ja. Jetzt ist dein Bike weg, du kleiner. Geiles Bike, aber echt. Jetzt müssen wir wieder zum Lila. Punkt da. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Ich überfalle ihn. Ah, nee. Wieder Polizei. Ey, nein. Bitte nicht. Auf. Kein Bock jetzt. Jetzt müssen die uns wieder verfolgen. Au. Bitte keine Polizei. Komm. Kein Bock, ey. Du musst die ganze Zeit. Polizei da. Oha, der ist hinter mir. 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 Scheiße. Der ist hinter mir. Renn, renn weg. Renn weg. Renn, renn weg, renn weg. Ja, die sind weg. Okay, ha. Gilt's. Okay, wir müssen jetzt irgendwie irgendeine Frau abholen. Die Party immer noch. Ja, und hier sind wir auf dem Boot. Egal, das müssen wir sich gucken. Ja. Bring die Tochter des Blablblas zu... ...Polizio Club, okay. Zum Club müssen wir den bringen. Komm, steig ins... ...Limo, in die... ...ins Limousine... ...keine Ahnung. Maybe. Maybe. Der sagt immer viel leichtiger. Maybe, maybe. Ja, sag mal eine richtige Antwort, du. Meint der. Aber ist das so bei meinem Vater? Vielleicht. Mein Vater ist eigentlich nicht so streng. Er wird vielleicht aber dir so streng sein oder keine Ahnung, der labert irgendwas? Vielleicht. Ich weiß, wie ein richtiger Gangster. Okay, wir sind schon da. Was für ein Club ist das denn? Hm, okay. Hab schon verstanden. Äh. Jetzt müssen wir unbedingt da rein. Digga, hab jetzt nicht so Bock da reinzugehen, ne? Ja, 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 ja. Ah, okay, wir müssen nicht da rein. Ah, zum Glück! Gut. Ja, Mission erfüllt. Und ja, meine lieben Freunde. Eigentlich, das war's mit der ersten Mission von GTA Vice City. Und, ähm, ja, das war's eigentlich. Und, äh, viel, ähm, danke schön, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ich mach mehr Videos von GTA Vice City. Morgen kommt noch ein Video von, von der zweiten Mission von GTA Vice City. Und ja, meine lieben Freunde, mach's gut. Ciao, ciao. Und, ja. I stripperbar. Okay. Hm, ja. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja.